Mit dem alljährlichen Blütenfest startete der pomologische Schau- und Lehrgarten in Döllingen in die Saison. Zahlreiche Besucher nutzten die Möglichkeit, das Blütenmeer auf dem etwa 3 Hektar großen Gelände zu bestaunen. Rund 400 Obstgehölze wachsen und gedeihen hier und stehen derzeit in voller Blüte. Bei Führungen, gemeinsam mit der Blütenkönigin, konnte die Obstvielfalt genauer unter die Lupe genommen werden. Der neueste Hingucker im Döllinger Pomogarten ist ein stattliches Bienenhotel, welches auf vielfaches Interesse stieß. Auch das Angebot der regionalen Händler und natürlich vor allem der zahlreichen Gärtnereien fand großen Anklang.